ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen game ich hatte uns gerade im steam entdeckt und hat denkt das muss ich testen und zwar geht es um beer factory wie ihr sicher schon gesehen habt ich habe noch gar nichts gesehen ich habe gar nichts ich habe nur gesehen es gibt ein prologue zum testen habe ich mir abgeladen und da sind wir jetzt ich habe kein plan was uns erwartet scheiss egal let's go franz ist anwesend im friedlichen modus franz nur einmal upgrade teil zurück lässt blablabla blablabla franz ist anwesend oh da soll der typ rum sein mann perfekt yeah der franz ist so jetzt geht es ab jetzt wird bierbraut das ist unsere fabrik so wie es aussieht schonmal nice nice sony scheiss unreal engine denke ich jetzt mal el alt zeigt die interaktive mit dem budget we have we were able to buy this old factory before we start working on it seriously we will have to put the electricity back on clean the factory and do some renovations the previous owner left a machine in the condemned part of the factory maybe we could restore it while waiting for you to clean up the factory i'm going to look for some subsidies ah before i leave you i heard that the factory was squatted but it may be just a rumor ja easy man dann schauen wir mal schliessen und da wären wir ok ja grafisch L zeigt interaktiv und das da ist interaktiv äh ah das ist da kannst du nicht drüber aha ok öffne die fabrik schranke ok ja man mit schlüssel ist das nicht schön holy shit öffne die bürotür ah mit dem ding ah dem feil ich die kabel ist das die maschine die er gemeint hat rum mit dem fliegt hehehehehe oh shit entriegeln und öffnen ja eh rein damit ok das ist das ist unser büro hm ok von irgendeinem simulator kennen wir das kennen wir das was ist ja das gsi das ist sicher das ist ja wieder das geisse das mit der tankstelle ok 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 da geht mir nichts ein ja dann machen wir halt einfach das tutorial schritt für schritt und als erstes müssen wir uns mal einen kaffee machen oh hübsch rauchte da lucky stars ok wie sichs gehört machen wir jetzt da einfach mal einen kaffee kostet 1 dollar viel geld haben wir 1100 roof null ok ha wenigstens kaffeemaschine funktioniert obwohl wir keinen strom haben angeblich sprinten sprinten das ist ok ich habe einfach reingekleert man und gut ist was müssen wir jetzt nehmen was finde die sicherung äh lege die sicherung in den kassen easy äh idiot da da hey hey not the real owner of this place get out of my house jagen den penner weg indem du gegenstände auf ihn wirfst was kommt da vorne hey brudi ok 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 ja man ein tunig teil propon pimp my forklift ok ok jetzt verpiss dich man du hund wirst du jetzt nicht mehr abschiesse es ist ja scheisse mann tatsächlich pumpen kann man auch nicht hüpfen nichts hüpfen und hier die gabel an dem gabelstapler easy finden die zweite gabel ist ja super dass man da rennen und das alles angezeigt wird ist ja voll easy mann voll easy yo das ist jetzt aber nicht die ernst mann ah man kann es kehren haha oh shit ja jetzt aber hallo gut flutsch geil huh uuuuuh ja nice ok ok es könnte noch interessant werden die muss man von innen öffnen mit dem schliussel mit schliussel nimm den müll und wir finden die tonne welchen müll alle müll ach du scheisse mann weisst was sammeln wir den scheisse da der müll regalkonstruktion mhm was bist du da geht noch nix da geht auch noch nix müll 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 überall woi johu ah shit mann ich habe gemeint jetzt kann man ein bisschen bier brauen und easy peasy aber nein sind da und verdammte uhrer guselsäcke zähmahl ansehen was ist das mann scheisse schlimm das war der letzte jetzt natürlich der ganz mischt ähm funktioniert doch mann perfekt ja nein bist du schlecht das ist gut zu wissen dass die wand einfach ja lebron james here we go das ist gut und an die kante oh ja diese vorige ist nicht rein der ist irgendwo sonst gelandet mann Eins. Und noch der letzte. Jo. Direkt, Mann. Die da auch noch, oder was? Hey. Innen. 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 Eins gehabt. Noch drei? Oh, Mann. Ja, da gehen wir halt noch einmal schauen, gell, was der Scheissdreck ist. Grusig. Was haben wir da? Hör. Ich kaufe einen Besen. Ach du Scheisse. Besen freigeschaltet. Krass, Mann. Und was für einer Shit, Mann. Reinigen den Fabrikboden. Ach du Scheisse. Hallo. Das ist doch... Ist das nicht... Ist... Ah. Das ist für mich nicht der Fabrikboden da. Ach du Scheisse, Mann. Was ist das? Ah. Hm. Wo ist denn da noch? Dort. Wo ist dort? Das da, Mann. Wieso geht das nicht weg? Das ist doch dort. 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 Überall dort. Ah, da. Dort. Ja, Mann. Durch das Gestell. Wie es sich hört. So schön. Die anderen Steinen, oder was? So, Mann. Juuu. Schau mal. Jetzt schon im Griff. Kaufe deinen Werkzeugtisch. Alter. Willst du nicht zuerst stehen, dass du vielleicht... Ich sage nichts. Also, ähm. Zum Computer. Wieso kann ich... Ah, ich muss jetzt erst auch eine Scheiss-Passe reinstellen. Weisst du jetzt? Kann ich jetzt... Ah, okay. Ja, dann. Werkzeugtisch. Wow. So schön. Werkzeuge freigeschaltet. Ist das nicht wunderschön? Ah. Rüste dich mit deiner neuen Werkzeugkiste aus. Yeah. Schraube alle Schrauben fest. Ach du Scheisse. Hehehe. Hehehe. Das hier zunderst. Was? Nimm mein Regal, was? Yo. 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 Bleib da, Mann. Das ist ein Regal. Was ist das da unten? Yo. Hey, guck's an. Hehehe. Wie geil. Ein tanzendes Regal, Mann. Ist das nicht schön? Ganz ruhig. Ähm. Ja, und was muss ich jetzt denn da festschrauben? Gibt's da einen Boden, oder? Das ist es. Regalkonstruktion. Ja, und was sind das genau für Schrauben? Hm. Schraube deinen Werkzeugkasten. Benutze deinen Werkzeugkasten und schraube alle Schrauben fest. Einschlüsse ich gerade rauf da. Ja. Also komm jetzt. Das muss irgendwie... da hinein gehen, oder? Könnte eben schon passen, meinst du nicht? Was ist das da irgendwie? Was ist das da irgendwie? Ah, Mann. Das ist doch wieder... Glauben eben. Yo. Hallo? Das tanzt. Hehehehe. Was ist das, Mann? Man. Man muss das doch probieren. Gange weg. Aber... G. 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 Und dann geht es weiter. So schön. Hey, schau mal, ist das nett? Hey, 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 sind wir nicht? Ja, und das liegt jetzt genau da drauf, Mann. Das ist einfach wieder typisch. Ist einfach wieder typisch. Jetzt kommen wir da. Nein, Mann. Nein, Mann. So. Puuu. Hat es schon im Griff, du. Finde die erste Stütze. Ja. Aha. Easy. Easy, wenn es mal läuft, dann läuft es, Mann. Krasse Scheiße. Standarddeckel, ich muss hochgehen, ich kann nicht mehr rennen. Good news. I found some subsidies for your factory. You will receive a transfer. With this amount, you should be able to destroy the separation of the factory and renovate the machine in the back of the factory. If you need more money, there are some investors interested. You can go to the computer to see about it. And also see the conditions. Ja. Kaufe eine neue Erweiterung für deine Fabrik. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Hm. Erstmal Kaffee rein. Anders grusig, wenn ich nicht rennen kann. Es ist ja was zu tun... Ja. Ne, ja... Respekt. Äh... Was soll ich kaufen? Erweiterung für die Fabrik. Upgrades. Besen. Lieferung Industrie-Shop Erweiterung für deine Fabrik Was ist das? Elienes Geld 100 1000 Spoiler Nee Wo ist der Spoiler? Schade Das heisst nicht schade Okay Yeah man Viel besser Stapel-Tuning Ja aber das ist ja kein Erweiterung Die einzige Erweiterung, die ich jetzt hier sehe, die wir kaufen können, wäre ein Ballet. Jetzt habe ich es gekauft. Ah, ja was nehmen wir? 5 Ballet, das brauchen wir nicht, das können wir nicht, da hat es auch nichts, da hat es auch nichts, da nicht, das ist schwarz, das ist gut, und ab, ah, ermöglicht den Zugang zur ersten Erweiterung. Ah, so, Getreidenschrotmühle freigeschaltet, ok. Die ist jetzt, wo, ah, 7500, yeah, Getreidenschrotmühle freigeschaltet, so schön. Ok, Vertrag über den Computer annehmen, Vertrag. Veredle 21 Säcke mit rohem Malzkorn, GIT 10593, ja, nehmen wir. Karik, neue Ressourcen auf dem Markt, bestelle eine Palette Rohmalzsäcke. Rohmalzsäcke, eine Palette. Wir haben, wie viele sind denn, Palette? Hm, eine Palette. Aha, wenn wir jetzt echt, so eins, dann 5. Äh, ist so geil, keine Ahnung, was ist denn, wie viel ist denn die Palette? Preis pro Einheit. Stellen wir mal 5, oder was meinst du? Äh, keine Ahnung. Lefst, Shift fügen. Aha. Ah, da zeigt es an, Mann. Hm. Null. Anzahl Paletten, eine. 24 secke sind ein palette schön dass man das weiss gut stellen wir haben 36 stutzmann scheisse öffnet die hintertüren lkw und entlade ihn oh jetzt lkw die grusigkeit oh schau mal einen neuen stapler verdammt f ha ha war nicht so einfach in dieser nase da kommen wir da kommen wir wunderbar ho profi mann profi Ah, ist der Hype schnell. Ah, da kommen wir die Kameras. Mh, hauere geil. Hören wir an, das müssen wir jetzt hier hinstellen. Hey, du hättest schon im Griff. Ui, krach, hey, shit. Was machst du eigentlich da, Mann? So. Hm. Ja, genau. Was ist da wieder nicht gut? Wieso hättest du jetzt da Scheisse am Boden? Hey, dreckigen Arbeitsplatz, Mann. Was ist das? Da kommen... Ah, gerade ein bisschen reingesaugt. Nimm den Sack mit den Ressourcen von der Palette. Wäre ich das gemeint, äh... Dem folgen, ja. Also. Äh, Motur ein. Ja, los geht mal, ey. Okay. Okay. Was ist das da? Schmutz beseitigen Ach du Scheisse man Reinige einen Sack Malz Tipps findest du in der Rubrik Getreideschrotmühle im Hilfemenü Was? Warteprozess Reinige einen Sack Malz Tipps findest du in der Rubrik Getreideschrotmühle im Hilfemenü Wenn erste Maschine für wichtig für den bla Du musst die Maschine einschalten bla Es ist wichtig dass du Zeit bla Wenn der Container mit einer gefüllt aktiviere diesen Hebel Den Schrotprozess und warte darauf dass deine Säcke herauskommen Experten zügere nicht eine Lehre Ah Also dann machen wir jetzt das aber clever Und zwar kommen wir da wieder raus So Ähm Glückliche Maschine Hahaha Ja sorry man aber wir brauchen jetzt Palette Ist das eine schlechte Maschine So So Und gehen Ja das passt doch man Noch etwas rüber Noch etwas da noch etwas so und hopp Ist ein wenig weit weg So Und Let's go Ah ich muss doch gedrückt behalten Hm Für eine Maschine ist das einfach für einen Arsch Oder Was ist das man Nimm doch jetzt die Scheisse So Schlimm Einfach schlimm Ja Ja aber Ja aber Ja aber Da haben wir da nicht einfaches Gewicht dran Haben kein Tödlicher Sohn Das ist das 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 Nice, und das sind jetzt alle Nein, da ist noch einer Hallo? Jetzt nimm doch die Tauere Scheisse So Schauerkampf Bier Okay Jetzt exportieren Sie Ihre erste Produktion Dazu legen Sie Ihre Palette mit den von Ihnen gerafinierten Ressourcen in den Kofferraum des Pickups Äh, jetzt haben wir da Nein, schau mal in der Gabelkamera Ist das nicht geil? Der kann jetzt eben schon Der hat schon Power, also muss ich sagen Ist schon fast kriminell mit dem Fahrer Ah Here we go Schließe deinen ersten Vertrag ab Okay Vertrag 21 Bestätigen Herzlichen Glückwunsch Brass, Mann Mitarbeiter freigeschaltet Stelle einen neuen Arbeiter am Computer ein Mitarbeiter Derek Johnson Ist ein begeisterter, entschlossener, bla bla 7,5 Stunden Rekrutierung Ja, mach Bereits eingestellt Das ist schön Exportieren 50 geschrotete Malzsäcke In diesem Fall bestellen wir jetzt Geschrotete Malzsäcke Das geht nur in den wahren Kurben Eine und dann da Boop, boop Nicht So geht das jetzt nicht Left Control 50 Ah, ich habe kein Geld Ja, das ist jetzt wieder Wurre dumm 50 Das ist jetzt wieder Ja, und was macht jetzt da Macht jetzt da Irgendetwas da, oder Oder macht jetzt da Alles Vielleicht Hey, schau dir noch Er arbeitet Das heisst Kann man jetzt Das ich Führen wir das noch schnell Wenn man da kann Er hat schon einen Einschlag Ich kann nicht die Aufgabe Verriegeln Yeah Und raus damit Das ist jetzt Das ist jetzt Das Geile Tour Wo man tönt Aber wird nicht schneller Das ist jetzt Macht jetzt Das ist jetzt Was da Kann man da Umscheuchen Hey, das Nicht Kannst rennen Das ist Auch wieder Schrecklich Mann Ah, das ist Eine Reinigungskraft Ja, so schlecht Da muss ich Den Scheissdreck Gleich noch Säuber machen Ja, gut Viel mehr Wird es jetzt Wahrscheinlich Im Moment Gerade nicht geben Dann würde ich Einfach sagen Das ist es Für das erste Video Oder für das Video Vom Beer Factory Schau dir an Mann Schau dir noch Freundlich Halli Dann kann ich Schmink Ja Dann wäre es das Wesen Vom ersten Video Von Beer Factory Wenn es euch gefallen hat Hinterladen Daumen Dann kann ich Lauf Oder es Abonnieren Oder wie auch immer Schreibt etwas in die Kommentare Wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao Amau Amau Untertitelung des ZDF, 2020